Ah, ein Pulverisierer. Pulverreizer. Oh, das sieht ja gar nicht ganz einfach aus. Ja, ich brauche nur ein bisschen, ich brauche nur ein Glas, dann kriege ich den Pulverreizer auch hin. Was brauchst du? Glas, bisschen Sand noch. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst, wie ich, achso doch, weiß ich noch. Das und das und so. Ja. Achso. Ein Electric Furnace habe ich schon. Cool. Mixed Metal in God. Jetzt muss ich doch mal was probieren. Wenn man Kupfer nochmal in den Ofen steckt. Hat nicht. Macht nichts. Naja, ich muss mal gucken, wie man Bronze kriegen. Bronze. 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 ach so da braucht man quasi das pulverisierte für das pulverisierte pulverisierte mit pulverisiertem kupfer und zinn machst du bronze staub und aus dem dust machst du ein ingot stehst mich weg ist er wieder moin warst du wieder weg ja gemerkt hat er mir gesagt ja jetzt auch nicht so tragisch ich komme ja wieder ne ja unkraut vergeht nicht und so genau du hast da ganz viele viecher auf deiner hütte rumstehen auf ja neben auf überall ja ganz viele oder nur eins auch dass viele da ich habe ich habe ein zombie gesehen und skelett und so ein kram jetzt regnet es fächer und sagt ja doch so habe ich erst mal wieder mit werkzeugen eindecken hier hallo Hi. So, wollen wir doch mal Glück machen? Jetzt könntest du mir noch einen Gefallen tun mit dem Wiki. Wie man den Electric Furnace betreibt. Den was? Den Electronic Furnace. Was man da reinpackt. Electronic Furnace. Ah. Items. Furnace. So, die Geräte im Vergleich zum Iron Furnace sind das Elektroofen. 12,5% schneller. Und wie der Name schon sagt, Elektrizität nutzen. Hast du verstanden, ne? Ja, Elektrizität. Durch den Betrieb von Strom anstelle von brennenden Items kann er sich sofort abschalten. Sie können ihn am besten nutzen, indem er an irgendeiner Form von Energiespeicher zwischen dem Elektroofen und dem Generator ist. Also quasi aus Elektrozeug. Energie-O-Mat. Vor allem der Vorteil ist halt, wie schon gesagt, wie Sie gerade erwähnt haben, dass der sofort vom Netz geht quasi, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Also kann ich quasi einen Energie-O-Maten daneben stellen und dann funktioniert der immer. Theoretisch, ja. Dann probiere ich das doch mal aus. Ich habe nur kein Zeug. Brauchst du einen Energie-O-Maten? Ich brauche Gummi. Kann es jetzt mal auch ganz regnen. Gummi, Gummi, Gummi. Gummi. Das könnte mal hell werden wieder. Das wäre mal wieder schön. Gummi, Gummi. Ja. Achso. Pulverizer wollte ich da auch mal. Redstone und Gold haben wir. Ah, Sand brauchte ich. Genau. Hast du schon? Einen Sand brauch ich noch. Dann geh ich mal was holen, wa? Was hältst du? Ja, Sand kann ich auch holen. Oder, klar, mach ruhig. Oder wir gehen gerade beide. Vielleicht sind sie sicherer. Klar, wir haben ein bisschen Action. Attacke! Ah, da ist schon eine Spinnung nach hier. Ah, weg ist sie. Da hinten ist Sand. Ohne Kuh. Ja. Könntest du einfach da einen Strand abbauen? So, hier. Könntest du einfach hier einen Strand abbauen? Das wäre einfach, ne? Wie langweilig. Ich beschütze dich. Boah. Nichts. Ich hab nämlich voll Verständung betrieben. Ich hab ne Eisenschippe gebaut. Ja, hab ich auch. Was werd ich geflogen? Eisenschippe? Hm. Ach. Ich bin scheißegal. Ja. Ich bin praktisch, weil Glas brauche ich nämlich auch von meinem Holz hier. Was ist da? Bestimmt. Und Erde. Also ich hab jetzt 28 Sand einstecken. Also, jetzt gucken wir das rücken. Ich bin bei dem Strand. Sehr gut. Wird doch glatt mit der Nähe jetzt. Können wir noch grad weiter fahren. Ja. Da kann ich nämlich gleich da vorne die Kühe mal füttern, dass wir ein bisschen mehr zu essen kriegen. Mit dem Sand? Nein. Mit dem Weizen, was daneben fertig ist. Was? Dann muss ich das an. Fünf Stück brauche ich noch. Dann hab ich auch einen Stack voll. Ich hab... Oh, knapp anderthalb. Gut. Dann hab ich erst mal was geklaut zwischendurch. Ah. Mit dem Regen sterben die Viecher ja gar nicht. Ob wenn's hell ist. Kannst du vergessen. Ist was in der Nähe? Bleiben sie halt lieb. Ist nichts in der Nähe. Hm? Ist grad nichts in der Nähe. Gleich mit Sachen ich kann. Wie funktioniert sie hin. Was autorgen. times doch nicht. Im Aus destiny. Ob 41 werden. I. Du bist gar nicht mehr. Hast du die Kartoffel schon angepflanzt gehabt? Ja. Sehr geil. Die Möhre sind gleich hier vorne die beiden. Sehr cool. Lalalala. So. Irgendwas wollte ich da jetzt machen. So. Aus 4 kühlen 6 gemacht. Bist du schon mal am Glasbrennen? Klar. Cool. Haftglas. Glas repariert. Ja.